ich mache ja schon die scheiß fotos unten am motorrad aber guck mal ich habe auch so eine schöne lila blau lila gelb färbung ich weiß gar nicht ob man es auf der kamera richtig sieht schönes ding schön hier der krümmer da hinten ja wunderbar bin ich sehr zufrieden spiel gar kein leierkasten aber gefällt mir erstmal ganz gut so jetzt eine ball und da ist so ein scheiß roboter da hinten mist fährt gerade keiner rum ich wollte mich mal in den weg stellen da ist er da kommt noch achtung alfred hier guckt euch an hallo was bringst du schönes guckt euch das ding an es ist zu geil oder es ist zu geil und jetzt sehr verehrte gäste ihre bestellung ist da wo hau ich mich hin hallo hallo hier ist noch frei ja danke guck da fährt alfred wieder ab aber alfred hat eine hat eine frauenstimme eigentlich so weiter geht's so schön kuchen gegessen kaffee gesoffen kippen gequalmt akku hat auch noch seit wann ist denn das hier das war letztens glaube ich noch nicht oder keine ahnung akku hat auch noch gut 73 prozent da sollten wir noch ein stündchen klarkommen so ungefähr ich glaube bis bad kößen wird nur kommen und dann müsste man mal einen akku tauschen ach es ist geil freiburg wir sind in freiburg hier ist die burg frei hier ist die burg noch frei also wer die burg haben möchte ich nehme angebote an ab 30 millionen könnt ihr euch bewerben so und das ist halt geil guckt euch an ich kann euch die gegenseiten ohne anzuhalten und fotos zu machen scheiß fotos 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 mache fotos junge sonst klatsche ich dir ehne ist ja gut meiner ich hab's ja kapiert ich mache ja schon die scheiß fotos und dann geht's los ach der matze ist wieder gut gelaunt dauert nicht lange da hakt es bei mir wieder aus es hakt aus beim matze es ist aber nichts neues bei dem brennt öfters mal eine sicherung durch bei dem lurch so habe ich alles auch wieder eingesteckt ja ich denke schon so tasche war auch zu ja alles zu an was man alles denken muss aber das ist der wahnsinn so nächstes ziel ist naumburg so naumburg und von naumburg geht es dann in richtung badkösen was ist denn das jetzt hier oh die schöne strecke die war so geil eigentlich tja wie komme ich jetzt nach naumburg stand da auch ich habe ich habe auch nicht aufs schild geguckt weil da gab ein biker den musste ich grüßen was ortsteil freiburg gesperrt alter leck mich doch am arsch was ist denn hier alles gesperrt ah warte mal freiburg nord umleitung ich könnte mal vielleicht hier richtung naumburg ja das kann sein steht zwar nicht dran weisenfels ja weisenfels das ist richtung naumburg ist natürlich ein riesen umweg ja schön oder schön weingärten alles alles da weiger kollege hier in den weinbergen haben wir mal eine weinverkostung gemacht zu abiturzeiten da war der matze wieder gut zugelötet zugestrahlt so groß groß jena ob ich von groß jena nach naumburg komme wir probieren es einfach mal ich meine das muss ja hier irgendwo die richtung sein aber es steht auch nicht mehr dran hier irgendwie umleitung umleitung naumburg oder sowas hm ich weiß es nicht ich weiß es nicht meine sprit haben wir noch müssen wir uns jetzt erstmal keine sorgen machen aber ja ich will jetzt auch nicht sinnlos naja sinnlos ist es ja nicht ich fahre motorrad und das ist das einzige was zählt tja also ich habe so ein naumburg gefühl aber ich bin mir nicht sicher weinstraße saale und struth naumburg steht dran geil sieben kilometer wo lang hier lang ja orange und hier kleines teichlein kleines teichlein ohne maschine hier neues häuschen gebaut prima da gfz reparaturwerkstatt ist das jetzt hier richtung naumburg sag mal boah so langsam nicht die pferde verschrecken nicht die pferdescheu machen hallo hallo fans bötel ist bötel ist was weiß ich keine ahnung da vorne ist wieder eine kreuzung ich würde sagen nach rechts nach rechts jawoll oh da vorne ein getty ein Cadillac ein Cadillac Geronimo Cadillac na 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 nauburg sechs kilometer so was ist das für eine Kurve so so noch nie gefahren die strecke kenne ich gar nicht gettykene Kurven gettykene Kurven lalalala lalalala ich saß in einem Kaffee mit zwei älteren Damen sie waren von mir angetan der Matze spielte den Charmeur und sie lagen mir zu Füßen ich spielte mit ihren Gefühlen und dann ließ ich sie als geist stehen ich ging zu meiner Maschine und konnte Tränen in ihren Augen sehen er hatte nicht gegrüßt ich grüße mich und er grüßt einfach nicht zurück oh Naumburg Naumburg wir sind ja schon da Henne Naumburg wo ist der Hahn wo die Henne ist ist der Hahn meistens nicht weit ein Einäugiger unter den Blinden ist der Einäugige König nicht naja gut dann kommen wir heute mal in Naumburg von der Seite rein die ich sonst nie gesehen habe aber ich bedauere natürlich die schöne Kurve in Naumburg die war die ist richtig geil eigentlich die kenne ich wenigstens die hier kenne ich alle noch nicht so wo sind wir hier oh hier Weinberge ohne Ende geil naja Weingebiet Saale und Struth Weingebiet für seine Weine berüchtigt naja das muss die Saale sein ich wollte gerade sagen fragt mich nicht was das für ein Fluss ist für ein Tümpel aber klar Naumburg an der Saale dann wird es wohl schwer zu erraten sein wieso hier 30 was ist ja los dann wird es wohl schwer zu erraten sein was das für ein Tümpel war oh da vorne Biker Kollegen geil man sieht jetzt auch wenigstens mal wieder ein paar Biker letztens im letzten Video haben wir ja doch einen Simmelfahrer und auch einen mit dem Bike ich liebe diese Biker Gemeinde ich könnte jeden küssen wenn Biker dieses Video sehen fühlt euch von mir geküsst und liebkost schnell m West so Rathloging da 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 Jetzt weiß ich es gar nicht, ich glaube wir müssen hier rechts, wie gesagt. Hm, keine Ahnung. Rechts, glaube ich, und dann ... Puh. Miep, miep. Puh. 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 Puh.